Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Earth Siege 2 und wir starten direkt mit einer Mission. Zu beseitigen ihr Primärziel ist die Zerstörung des Hybriden Transporters. Falls ihr noch andere Höcks des Hybriden erledigen könnt, wird uns das nur noch mehr Bergungsmaterial liefern. Ja, in einer Schlucht und es ist eine sehr gute Mission. Das wird ihr gleich sehen, warum. Hier ist es nämlich dunkel und das bringt eine gewisse Atmosphäre. So, erstmal ein bisschen zuordnen. Da ist noch schon die... Ja... Da kannst du auch hingehen, wenn du willst. Ja, ja, komm. Ist gut. So, was haben wir da? Ein Stingray und ein... Stingray. Coole Sache. Kann ich den hier anfunken? Wie ging denn das gleich nochmal? So, die sind hier nämlich... Oh, Moment. Mauszeiger weg. Die sind jetzt hier an dem Hügel. Ui, da waren wir jetzt schon wieder relativ kritisch. Automatische Zielverfolgung aktiviert. Ah, ich möchte halt, ich sag mal, ungern mit automatischer Zielverfolgung spielen, weil das ist relativ, ich sag mal... Da kann man das Spiel auch gleich sein lassen. Automatische Zielverfolgung deaktiviert. Und daher möchte ich eigentlich lieber ohne spielen. Automatische Zielverfolgung deaktiviert. Aber zur Not... Aber zur Not kann man es ja jederzeit dann zu- und abschalten, wenn man es mal braucht. Wieder ein Gegner hier hinten. Oh, ist immer blöd, dass die dann immer aus Noradar verschwinden. Dort. Los, kompisiert ihn doch mal an. Sehr gut. Ah, jetzt haben wir dort noch mehr. Ah. Na, komm schon. Mensch, nach vorn. Ja, ich seh's doch auch, Mensch. Äh. Yes. Ach, Mensch, Hilfe. Hilfe. Automatische Zielverfolgung deaktiviert. Okay, die haben das jetzt für mich erledigt. So geht's natürlich auch. So. So, wie's halt sein soll. Wegmarkierung erreicht. Feindliches Ziel zerstört. Ach, das sieht doch jetzt schon gleich viel besser aus. So, jetzt kommen wir so langsam in die Schlucht rein, wie ihr seht. Und dort vorne sah's so aus, als würde uns da gleich irgendwelche Gegner entgegenkommen. Da um die Ecke, da gehe ich lieber mal hier so ein Stück rum, dass die uns nicht ganz an der Bergflanke überraschen. Das könnte sonst relativ fatal werden. So, da müsste, da müsste, das müsste eigentlich gleich eine Sichtweite zu dem sein. Da hinten ist er. Wegmarkierung erreicht. Ach, da werden, da werden sie schon geschossen. Ja. Halt, Moment, Moment. Feuer einstellen. Moment, jetzt bin ich... Uh, halt. Latsch doch dort einfach mal vorbei, eh. Oh, Leute. Nee, da wollte ich nicht hin. So, und diesen Transporter, den müssen wir fertig machen, kaputt machen. Das ist genau jetzt passiert, und... Das Interessante an der Sache ist jetzt, dass so ein Transporter, der wird später in einer anderen Mission eine Schlüsselrolle spielen. Wegmarkierung erreicht. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir in dieser Mission sind. Das müsste es eigentlich jetzt gereicht haben. Einsatzziele erfüllt, genau. Ja, gute Arbeit. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen dazu. Reparieren müssen wir, glaube ich, nichts, weil wir Autoreparatur aktiviert haben. Und das speichere ich einfach mal hier spontan. Und sage an der Stelle... Tschüss, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.